Okay Leute, das ist mein erstes Video auf meiner Hand. Ich habe die Gaming-Kanäle gelöscht, aber ich will jetzt nur noch Pranks machen. Und ja, deswegen, heute kommt mein Zahnpasta-Prank an meinen Freund David. Dann viel Spaß. Pssst. Okay Leute, hier habe ich auch den Koi. Und ja, Zahnpasta. Das schmeckt eigentlich richtig geil. Okay. Es ist so geil. Er kommt gleich zu mir. Er will Minecraft spielen. Er will Minecraft spielen. Und ja. Dann. Da steht auch die Zahnpasta drauf. Und das zu. Okay. Wir haben es. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja Leute. Kameras versteckt. Er kommt gleich. Dann sehen wir uns gleich wieder. Pssst. Opa, mach auf. Ah, der war schon drin. Jo, Digga, was geht, Digga. Jungen, wir haben nicht mehr gesehen, Bro. Ja, lange. Digga. Jetzt endlich mal wieder mal kurz zurück, Bro. Hast du mehr? Ja, so ein bisschen, Digga. Ja. Ja, was ist das? Gar nicht. Nichts. Hatten. Digga. Montag wieder Schule, Mann. Psst. Ich auch nicht, Mann. Play, Digga, play. Digga. Ich muss jetzt den ganzen Weg da gehen, Digga. Was geht? Nix, Digga. Ja, wo hast du das gekauft, Digga? Das war ein Fried. Das schmeckt voll süß, Digga. Das ist Rock, Digga. Digga, Digga, Vakas. Nix, 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 Nix. Jetzt will er es machen. Was ist das, was du gemacht, Digga? Als du mich geprankt hast. Du wichser! Äh, was ist das? Was hast du da reingetan? Zappas da! Jo! Ja, du wichser! Oh, oh! Digga! Ja, easy! Digga! Einfach geprankt! Warum? Ihr habt wahrscheinlich gesehen, ich habe meine Gänne-Videos gelasht, weil... Ja, weil ich jetzt nur noch Pranks machen will. Und ja... Bis wieder! Kommt euch auch jemand! Also haut zu! Bis zum nächsten Mal und ciao! Ciao! Ciao!